Aloha, hier ist Frank der Entspannende. Ich bin auf dem Hörnchen. Das ist oberhalb von dem kleinen Örtchen Trommersheim. Spezieller Gruß an Ed die Manuela. Und wenn wir hier weiter rechts rum schwenken, ist da hinten irgendwo, vielleicht könnt ihr das sehen, die Germania. Und wir sind wie gesagt auf dem Hörnchen, wo ein kleines Kreuz da steht. Aloha!